Nachdem wir uns mit der Datierung des Buches Daniel, der Historicität Daniels, sowie der Historicität, der in dem Buch geschilderten Ereignisse beschäftigt haben und dazu auch archäologische und anderweitige Beweise herangezogen haben, wollen wir uns Gründe ansehen, warum viele dem Buch Daniel nicht trauen bzw. es spät datieren, nämlich der Behauptung, das Buch Daniel liege in Bezug auf Geschichte falsch. Das Buch Daniel, so der Vorwurf, beschreibe Ereignisse, die sich angeblich während der babylonischen Gefangenschaft der Juden ereigneten. Im frühen Kapitel heißt es, dass Nebukadnezar, der babylonische König von seinem Sohn Belsazar, auf dem Thron abgelöst wurde. Historiker aber sagen, dass Belsazar nicht der Sohn Nebukadnezars war und im Buch heißt es auch, dass ein Darius der Meder Babylon im 6. Jahrhundert v. Chr. eroberte. Und Kyrius von Persien war es ja und deswegen sei das Buch Daniel historisch nicht zuverlässig. Doch wieder einmal machen Menschen, die solche Aussagen machen, biblische Minimalisten, Aussagen, die nicht wahr sind. Daniel Kapitel 5 ist die Geschichte von Belsazas Fest und der Nacht, in der Babylon an Medo-Persien fiel. Hier ist die Schriftstelle, auf die sich die Menschen beziehen. Daniel 5, 2. Als Belsazar den Wein kostete, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizuholen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte, damit der König und seine Vornehmen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus trinken könnten. Hier ist eine Liste der babylonischen Könige, die zu Daniels Lebzeiten regierten. Nebukadnezar II, 605-562 v. Chr., Amelmaduk, 562-560 v. Chr., dann haben wir Neriglissar, 560-556 v. Chr., der Schwiegersohn von Nebukadnezar II, Labashmaduk, 556 v. Chr., Sohn von Neriglissar und Nabonid und sein Sohn Belsazar, haben wir ebenfalls noch, vom 556-539 v. Chr. Nabonidus regierte gemeinsam mit seinem Sohn Belsazar. Die antike Quelle außerhalb der Bibel, aus der wir etwas über Nabonidus und Belsazar erfahren, heißt Nabonidus-Chronik. Darin wird Nebukadnezar als Enkel Nebukadnezar beschrieben, höchstwahrscheinlich aus der Familie mütterlicherseits. Warum nun auf der Seite seiner Mutter? Während des in Daniel Kapitel 5 beschriebenen Festes, schrieben die körperlosen Finger einer Hand an die Wand. Allerdings konnte niemand die Schrift lesen. Der König hatte große Angst und keiner seiner Berater wussten, was er tun sollte. In diesem Moment kommt dann die Königin, höchstwahrscheinlich die Königin Mutter herein. Das muss Belsazars Mutter sein. Niemand sonst könnte den König auf diese Weise besuchen, nicht einmal seine Frau. Und hier ist dann der Rest der Geschichte, wie sie in Daniel 15 bis 11 quasi erzählt wird. Die Königin betrat den Bankettsaal aufgrund der Worte des Königs und seiner Adeligen. Die Königin sprach und sagte, Daniel stand König Nebukadnezar sehr nahe. Als Nebukadnezar jedoch starb, geriet Daniel in Vergessenheit. Er wurde vergessen. Jetzt, 36 Jahre später, ist Daniel sehr alt und jemand erinnert sich an ihn. Jemand, der Daniel persönlich kannte. Das musste jemand aus der königlichen Familie sein, eine Tochter Nebukadnezars und die Mutter Belsazars. Obwohl er also im Buch Daniel als Sohn Nebukadnezars erwähnt wird, deuten die babylonischen Hinschriften darauf hin, dass er tatsächlich der älteste Sohn von Nabonidus, der von 555 bis 539 König von Babylon war und von Nitukris war, der vielleicht eine Tochter Nebukadnezars war. Als Nabonidus ins Exil ging, 550, vertraute er Belsazar den König, den Thron und den größten Teil seiner Armee an. In alten Kulturen und manchen heutigen Kulturen kann der Begriff Sohn von auf jeden männlichen Nachkommen angewendet werden. Sowohl auf direkte Söhne, als auch auf Enkel, als auch auf Verwandte, als auch auf enge Freunde. Genau das wird hier auch gemacht. Somit scheidet dieser historische Fehler aus. Dann noch zum Thema Darius der Meder und Kyros der Perser. Die Stadt Babylon und damit das babylonische Reich wurde in der Nacht des Belsazar-Fests besiegt. Die Medo-Perser standen vor den Toren Babylons, doch der König fühlte sich sicher. Die Stadtmauern waren hoch und so dick, dass niemand sie durchbrechen konnte. Es gab keinen Weg hinein. Belsazar hatte recht, es war unmöglich durch oder über die Mauern zu gelangen. Aber die Medo-Perser gingen unter ihnen durch. Die Wasserversorgung der Stadt erfolgte über einen Fluss. Die riesigen Mauern überspannten den Fluss und schlossen ihn so zur Stadt hinab. Die Medo-Perser gingen jedoch flussaufwärts und stauten den Fluss, wodurch er austrocknete. Dies ermöglichte es ihrer Armee über das ausgetrocknete Flussbett in die Stadt einzudringen und sie ohne Kampf zu erobern. Zum Zeitpunkt des Falls Babylons hatten die Perser unter Kyros die Herrschaft über das Medo-Persische Reich erlangt. Bald würde es nur noch das Persische Reich sein, wobei die Meder den Persern dienten. Der Anführer der Meder, Darius, war der Anführer, der Babylon eroberte. Doch wie auch heute noch gilt, gebührt der Verdienst dem Spitzenmann, Kyros, auch wenn er beim Fall Babylons nicht anwesend war. Daniel war dort und sah, wie Darius die Stadt eroberte. Deshalb schreibt er, dass Darius der Meder Babylon erobert hatte. Die Geschichte würdigt jedoch wie immer den obersten Anführer des Imperiums, Kyros. Sobald man also den Rest der Geschichte Daniels kennt, kann man erkennen, dass die Art und Weise, wie die Bibel die Geschichte im Buch Daniel aufzeichnet, keinen Fehler enthält, sondern üblich für damalige, akkurate Geschichtsschreibung ist. Somit ist das Buch Daniel nicht abzulehnen, weil es einen historischen Fehler enthält, sondern die Kritik am Buch Daniel ist abzulehnen, weil das, was als historischer Fehler gedeutet wird, nur als Fehler gedeutet werden kann, wenn man eine mangelnde Erkenntnis über Geschichte und über Geschichtsschreibung der damaligen Zeit, so wie über die Geschichte des Propheten Daniel und seines Buches verfügt. Und dann wird das Buch Daniel nicht abzulehnen, weil es die Geschichte des Propheten Daniels gibt,